Herzlich Willkommen zu einer kleinen Figurenfolge, die wir euch jetzt zeigen werden. Wir beginnen in der Schäkenthaltung. Der Herr führt die Dame an seine rechte Seite. Dann führt er sie an die linke Seite, dann wieder an die rechte. Jetzt hebt er seinen rechten Arm und dreht die Dame. Jetzt entsteht ein Fenster, durch das der Herr hindurch geht. Jetzt dreht die Dame aus, ein Platzwechsel und wir sind schon wieder in der Ausgangsstellung.